12-Fussball-Bar, feiert Weihnachten. Rudi schenkt uns immerhin Bier. Binkoli da hinten singt uns ein Weihnachtslied. Dani Keller, der langjährige FC St. Gallen-Fan, ist tatsächlich hier und beleidigt den Käpt'n vom FC St. Gallen, Philippe Montandon, der ebenfalls bei uns in der Sendung wird sein nächstes Mal in der 12-Fussball-Bar für Kaiser-Frams nicht verpassen. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Du hast mich mit der Platte nicht so gemeint. 12. Die Fußball-Bar, das Original. Heute 19 Uhr im SSF.